Mein Arzt meinte zu mir, Herr Bremer, ist ein Tumor, aber ein gutartiger. Und ich dachte mir so, wow, der Spannungsaufbau wäre nicht nötig gewesen. Was ist denn mit dir, Alter? Was ist denn mit dir falsch, Alter? Ohne Spaß. Dicke, Alter. Ohne Spaß, Bro, du hast die falsche Energie für einen Arzt, wirklich. Mit der Energie sollst du kein Arzt sein, sondern so eine weirde Gameshow auf RTL moderieren, so Cancer of Germany. Herr Meier, Sie haben Krebs. Ist ja gutartig, ist ja bösartig. Das erfahren wir nach der Werbung. Gucken wir mal. Willkommen zurück aus der Werbung, Herr Meier ist leider nicht mehr hier. Meier geht's nicht gut. Was?